Also das ist jetzt hier ein Video, Herr Puppe Crashing, ich filme ein Video von ihm ab, damit die Qualität noch schlechter ist. Wir sind hier gerade noch am Zocken hier, der ist Lost, Liquid, Joachim bitte adden. Und jetzt hier, gucken Sie. Sie sehen, guck mal, was Sie nicht wissen, was Sie nicht wissen ist, dass hier dieser, dieser Herr Puppe Crashing, ne, hier, der sagt, ich werde Nubi Puppe, ich bin auch Lost, ne, aber der hat noch ein Video von ihm, das er jetzt hoffentlich auch hochlebt, wenn er sich über reden lässt, wo er viel Loster ist. Er ist nämlich noch Loster als ich, aber man denkt, es geht nicht. Was ist denn das geile Video? Oh, abrichten. Ja, das sage ich zu der Kamera, Leon, der ist nämlich gerade mit dem Team-Speak von mir hier. Ich bin, ich habe gar nicht gespielt, Digger. Und das sage ich gerade für die Leute. So, soll ich das Video noch ein bisschen schlafen, ein paar Minuten, Leon? Es gibt fünf Minuten. Ihr könnt ihr die Emotes gratis sehen, ohne, wenn ihr kein Wort nicht spielt. Okay, jetzt noch den hier, warte. Hier, guckt, den hier. Wenn ich его raus까, BEEN, BUM, 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 BUOL, BUM, BUM, BU-DEM, BUM. Hier, wer will WIBUCKs- WIBUCKs-Pack, omnegott. Okay Leon, soll ich jetzt noch mehr strecken? Es geht 31. Video. Was sagst du? Oops, natürlich. wie kann ich das wirklich noch machen im video dass es cool wird ok ihr seht ihr mich im spiegel vom tablet aber ich habe dinges vor mir also dass man meine augen nicht sieht aber ihr guckt jetzt noch warte als belohnung trete ich jetzt noch gegen die cola flasche was ich hoffe dass sie zu weitermachen ich muss kurz ablegen was ist ich trete jetzt noch gegen die cola flasche man hat den trick nicht so gut gesehen noch mal schon wieder nicht egal ich bin zu los zu filmen aber jetzt hat man das gesehen so ist gut hier cooler leid leider nur ok das war es mit dem video zwei minuten 30 bye bye meine lieben kappa tschüss